Schick meine Jungs los, weil ich will Fleischklubs leveln. Ich kann ja schon mal gucken, ob wir eine Gruppe für... ...Dungions... ...Kara... ...Warn... ...Nithisch... ...Nightbane und Clear. Boah, aber ich will nicht als DD rein. Das wird ja gar nichts. Schuhe und Stein habe ich hier gar nicht. Doch. ...Title ich mal. ...Kaarge... ...Kaarge! ...Kaarge! Die wollen uns wohl nicht Ist aber halt so wild Ich habe noch kurz zu tun Okay welcher Helm sind denn die fettesten Flashclubs auf jeden Fall Der kann auf jeden Fall was Aber der andere wird schwierig Ich verteile das jetzt Rundle Ruppe ist voll Wir wollen abgeliehen Die fettesten Die fettesten ist sehr schön Ich weiß Weißt du, dass es ein Puzzle von Puzzle war? Eine Puzzle Hat sie gerade nicht mitbekommen, glaube ich Ich brauche echt Moroes Den hätte ich schon Oh Das war natürlich kacki jetzt Oh Gott, bin ich ein Idiot So Bin gleich soweit So 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 Du noch Du noch Du noch Und du das da auch noch So schnell verkaufen So Vielleicht kloppt es ja hochgelöst Ja Fürst Illidan kennt den Weg Vertraut auch Fürst Illidans Fletcher Guck mal, woher ist denn Name Niemal Gegenstandsstufe Weiß ich nicht Was haben wir denn? Ich hab 871 871 Okay Okay, gleich läuft Mal nur kurz gucken Okay 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 Jetzt ist nur die Frage Wo ist Nightbane? Also ich weiß der ist da auf dem Dach Aber wie kommt man denn? This is the area Gehre hinter irgendeinem Tisch Okay Ja Man muss ja hinkommen, weil du hast auch nur begrenzt Zeit Zur Nightbane hinzukommen Okay Okay 840 wird mir empfohlen Dann nehme ich 840 Ist doch nett Gut 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 In der Zeit mache ich meine Achara-Quest Haben wir sonst nichts zu tun Ach ne, wir haben ja noch eine Quest auf den fährten Inseln, dann gehen wir da erst mal ein Bevor du jetzt wartest, unnötig Bevor du jetzt wartest, unnötig 907 Angenommen Was führt euch hierher? LP High Ich glaube ich kann gleich wieder umdrehen 899 Abgebaut, sag mal seid ihr alle behindert? Hä, wie ist denn der Bier gegangen? Wollt du High gesagt hast oder was? Wahrscheinlich Scheiße, Todesritter Tank Äh Todesritter Wie heiße ich noch? Dämonjäger Das sind wir nochmal für eine Klasse 918 ist aufgenommen 925 ASLH Sex Location Razor War Dere Das sagen irgendwelche Süddeutschen glaube ich Schließt den Bau des Magiertums ab Ist doch fertig Ha, 255 Ich habe meine Leute nie losgeschickt Ich bin eigentlich Achso, das habe ich mir noch nie angeguckt Deswegen gibt es jetzt hier auch noch eine Quest, weil es der Magierturm ist Verkehr des Hochlords Besiegt Hochlord Krul im Wirbeln in Neth Sprech mit Kriegsreddin Victorium dort hin zu gelangen Der Prophet hat seine Zaubersprüche vorbereitet und ich habe lange genug meditiert Krul muss sterben Sobald ihr eintrefft werden wir erneut das Portal zu seinem Reich öffnen und ihn vernichten Ein für alle Macht Diese Magierin wird euch zu uns teleportieren Das wird keine leichte Aufgabe Macht euch bereit Gut, einmal das Chara Portal bitte Also wir müssen ganz schnell zum zur Opa Mhm Ach ich kann jetzt glaube ich Übernachwitzung sollte es relativ schnell gehen Ich hoffe doch Ach wir wären sogar schon Dann gibt es sogar einen Mount Ich weiß nicht ob das 100% Drop Chance hat Ich hoffe der Timer geht noch nicht los Wenn deine Türen noch nicht durchgehen Alle da? Vier haben wir Wer fehlt denn? Der Herr Razor Razor Wenn wir die Tür öffnen geht der Counter nämlich los Mhm Hm Ah scheiße Teilen wir uns auf Ich werde mich daran machen die Magische verteilt Das ist ja gar kein Krieger sein Todesort Das ist zu Zu schnell Kann mich ja selbst heilen Ich kriege auf die Fresse Komm zu mir Ich muss näher ran Von was kriegst du denn auf die Fresse ist jetzt die Frage Ich bitte mal Von den München die hier werfen Von den Sterntalern Nicht so viel Zeit mit Lupen verschwenden Wenn halt was zurück bleibt 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 es halt zurück Ich werde die ganze Zeit meine Daumente drücken Weil da habe ich den Speed Buff bei meinem Kopfgeldjäger drin bei SWT Mhm Den Hanyshi aber nicht Denk mal mit dran Es gibt hier mal so Seelenfragmente Also nach dem Kampf müssen wir so ein Seelenfragment anklicken Okay Meine Damen und Herren Willkommen zu unserer heutigen Vorstellung Einer ist hier im Publikum Heute treffen wir auf zwei Liebende Geboren auf entgegengesetzten Seiten der Seher-Puppe Das ist hier vorne und läuft Ach da drüben Okay da müssen wir rum In den letzten Generationen der Feindschaft Vereint sie die Passion des Tanzes Das ist halt einmal für die Quest Und einmal halt für Nightband Das Lied ihrer Liebe schallt über die Fälle Wird es im Träon und Enden Oder als Tragödie Und nun Vorhang auf Schauen wir mal Schauen wir mal Schauen wir mal Mürgler Mürgler Das ist so das Gegenteil von Uschi Macht sie Treibts mit Murlocs Ach scheiß was ging es denn Mürgler Mürgler Kitschige Reimung Das ist jetzt wieder richtig gelesen Oh Gott Ei 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 Mürgler 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 Ich bin aus der Eichhörter. Ich brauche ein Ziel.